Guten Tag meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu diesem sehr tollen Video und heute ja da habe ich mich mal eingeloggt ursprünglich hatte ich halt es eigentlich vor dieses wie nennt man das vor Farming genau komplett zu machen aber es hat sich halt dann später halt geändert weil mir aufgefallen ist dass ich ja gesagt habe jo mobile games hier mobile games da aber ich habe vergessen was aufzunehmen und habe ich mir doch mal gedacht dann mache ich halt jetzt die sachen die ich halt normalerweise mache außerhalb der aufnahmen und ja normalerweise mache ich halt so dass ich halt die felder ganz normal lehre dass ich halt schon mal sachen halt verkaufe das mache ich dann jetzt hier gleich also ich pflanze jetzt erst mal neu an dass ich halt vorrät habe um halt zum beispiel in der folge auch sachen zeigen zu können oder zeigen zu können was ich denn so verdient habe das mache ich ja nicht umsonst sondern weil weil ich ja das in der pause also in der pause in anführungsstrichen gemacht habe und ja auf jeden fall ja verkaufe ich dann die sachen hier und ja auf jeden fall erstmal danke dass du wieder eingeschaltet hast das freut mich wirklich immer sehr das weiß ich auch sehr zu schätzen wenn ich merke jo die leute interessiert hätte sehr ich habe auch jetzt demnächst vor vielleicht nehme ich das heute auch noch auf bisschen clash of clans aufzunehmen denn das ding ist kann man wirklich schon sehr sehr lange kein clash of clans mehr aber ja es hat mich und kann nicht mehr so geflasht und aus dem kam auch nichts und ich mein wenn einem eine sache kein spaß macht dann ist das ja schon denke ich mal verständlich dass ja geil moment dann ist das wahrscheinlich auch verständlich dass man das dann auch nicht macht und ja voll verwirrend ich habe jetzt ein neues aufnahmprogramm open broadcast software jetzt bewege ich meine maus auf zwei bildschirmen gleichzeitig weil ich das ja abkämpfen muss und sonst komme ich heute durcheinander so auf jeden fall ein bürger so genau die kleidung kleidung da habe ich das gemacht gut dann macht ihr jetzt auch schon mal den hätte ich jetzt zum beispiel fertig laufen lassen hätte dann die folge aufgenommen weil ich dann erzählen hätte können ja ich habe jetzt das gemacht und jetzt haben wir das halt fertig und so halt bist du ja weil sage ich halt was ich halt gemacht habe so wir müssen eigentlich warten bis das weizen fertig ist was jetzt auch schon fertig ist so ok dann können wir nämlich diesen auftrag die schon mal abgeben dann wieder schon mal gar kein problem wie ich pflanze auch noch ein bisschen mehr weizen an weil ich muss auch noch jetzt demnächst ähm wieder das weizen also das geldfarming machen und das ist ja mit weizen ähm und ja ist halt dann viel besser so zucker farm ich auch mal ab die junge dame wollte das gut dann schicken wir die auch mal wieder nach hause so und fleischkuchen müssen wir auch mal der wagen der ruft schon ich weiß nicht ob man sieht das jetzt in der aufnahme hört wenn nicht dann mache ich seit jetzt noch ein bisschen lauter ähm so fleischkuchen machen wir gerade wir müssen jetzt demnächst ähm wieder unsere schweine um so ein bisschen füttern wir gucken mal was diese eine jute hat nein nicht der nicht der nicht der blätter ich immer so ich hab hab irgendwie mit freundschaft listen okay der tun futter das das ja super hab ich einen apfel gekauft der bringt so ähm huhnfutter füttern wir jetzt mal die hühner ein bisschen so und warte mal was war das noch scharf ne genau schaffutter ich genau um einmal alle schafe zu füttern das freut mich sehr dann habe ich schon mal wieder so ein bisschen wolle von denen und gar kein problem dann so schweinsfutter brauchen wir was brauche ich denn dafür ich brauche die ok die habe ich schon angepflanzt das kleinere problem dann müssen die die soja boden habe ich angepflanzt muss ich auch nochmal vermehren auf jeden fall säge ich erstmal den nächsten baum ab ähm achso ne will ich nicht ne will ich nicht so ja meine fahrer braucht Hilfe guck mal was er da ach kann ich beides gar nicht helfen dafür bin ich noch viel zu klein vom level her ist natürlich relativ blöd jetzt aber gut kann man dann nichts machen ähm so wir schauen nochmal im katalog was ich denn hier so kaufen kann mh weil ich mach das ja immer so dass ich weizen suche ja hier zum beispiel dann kaufe ich mir zum beispiel dieses günstige weizen und ähm ah ne kann ich nicht ähm und ja dann habe ich halt 20 weizen halt für 20 ähm der goldstücke geholt und dann habe ich halt um einiges mehr plus gemacht weil die kann ich halt um einiges mehr alter schach an ähm wenn wir schon dabei sind pflanze ich auch nochmal ein paar karotten an ähm weil die schweine brauchen das ja eh von daher ähm habe ich auch noch zeit weil ich ja eh beide items brauche so guckt ähm jetzt kann ich das halt hier beides ähm ja ganz gut anpflanzen ähm so da habe ich das auch angepflanzt wir gucken was ich in der scheune hier noch haben 21 eier und so ja das ding ist noch nicht mal ansatzweise voll wenn es dann so langsam voll wird kann ich ja erweitern aber jetzt halt noch nicht ne ähm ja schon fünf schrauben das dauert noch ein bisschen was dauert hier auch noch zwei items so was will der denn karotten die ich gerade angepflanzt habe ist ja gut ähm dann guck ich mal ob ich vielleicht doch günstig karotten kriege ähm auch immer items die oft gehandelt werden ähm alter 10 Kuchen für 1500 ähm auf jeden Fall ähm bin ich aber nicht guter Dinge dass ich das finden werde ähm weil ja weizen geht halt besser ne mhm so dreht das mal super yes wie ich das gedreht habe ist ja wieder ein ei das bringt es mir oh mein gott so jetzt das mais meist ja meist ne genau das mais ist weg gar kein Problem ähm fünf Äpfel kann man ruhig ne 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 das sind items die man halt eventuell später noch brauchen könnte ähm deswegen also ich schaue mal bei meinen Freunden hier ob ich äh oder ob ich hier was kaufen kann ähm vielleicht haben wir habe ich ja Glück hier so 1197 war auch schon länger nicht mehr online halt alter was er hier fertig hat ähm hat er auch nicht mehr die ganzen Leute die hier recht hoch sind die sind alle AFK ist ja blöd hier ohne Witz ist ja sehr sehr schade ähm so auf jeden Fall ist mein Baum fertig mein Baum erlebt wieder das freut mich aber den hier haken wir jetzt ab nur der hier fertig äh schon wieder so wenn ich den jetzt noch hab dann isst auch alles in Butter ähm muss man dazu sagen so 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 in Butter is always und äh ja ich will mich auch bedanken da fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung natürlich freuen und ja lasst mir einen Kommentar da ähm würde mich natürlich auch sehr 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 freuen denn dann ähm könnt ihr mir sagen wie ihr das Video findet in euren eigenen Worten und ich antworte eh auf jedes Kommentar und ähm ja wenn es euch gefallen hat lasst mir einen Daumen da oben da zum wiederholten mal ähm ja bis zum nächsten Video von mir Mobile Gaming TV tschau tschau